Benjamin, so, jetzt auch nochmal für dich. Du bist jetzt gesichert, gleich hörst du das Startsignal und die Zeit läuft dann, sobald du die Füße von der Matte genommen hast. Alles klar? Okay. Viel Spaß. 33 in knapp 43 Sekunden, das ist die Führung bisher. Klacki Luke, beißt sich der Nächste die Zähne dran aus. Oh, oh. Ja, wenn du so reinkommst, ne? Ja, aber jetzt hat er einen Rhythmus, jetzt hat er einen Rhythmus, der ist gut. Und der ist leicht. Nähmaschine, du Nähmaschine. Boah, ja lecker mio. Ja, und jetzt wird er langsamer, jetzt muss er nachgreifen, jetzt ist es Kampf, aber er hat immer noch einen Rhythmus, aber während die, oh, ja, aber sich hat er noch gut, also es wirkt nicht so, was, ob das jetzt das volle Ende war, aber wir sehen wieder diese Leistung von Stefanie Noppinger. Unfassbar. Kreuzgriff, nee, ist nicht, das gibt's ja gar nicht. So, kriegt er die noch, dann ist er vor Steffi. Jetzt ist er vor Steffi. In dem Moment ist er aktuell mit Klacki Luke am Power Tower. Er kann nicht mehr, der ist alle. Jo, 27, 28. Und das muss er mal, es kann am Ende auch entscheidend sein. 29, ja klar. 29, 29 in knapp 59 Sekunden. Das ist im Moment Platz 2. Ja, auch eine megastarke Leistung von Benjamin Schmidt-Marcourt hier an unserer endlosen Himmelsleiter. Am Anfang knallt er die Sprossen nach oben, wie so ein Uhrwerk. Und hier dann am Übergang zu Sprosse 30 gehen ihm die Kräfte aus. Schmalzpudding. Wenn ihr dagegen noch richtig Körner habt, hier gibt's weitere Videos. Und da ganze Folgen.